Ich habe das Schild draußen gesehen. Aushilfe gesucht? Oh ja. Hast du denn Erfahrungen auf dem Gebiet der Bestattungskunst? Nein, aber ich lerne sehr schnell. Jeder Leichnam erzählt eine Geschichte. Unsere Aufgabe ist es, zuzuhören. Um die Hinweise zu entschlüsseln und die Wahrheit aufzudecken. Dann handeln die Geschichten davon, wie diese Menschen gestorben sind? Nicht nur wie, meine Liebe, sondern vor allem weshalb. Sieh genauer hin, der Teufel steckt im Detail. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020